Ja, wann kommt ihr eigentlich? Diese Standardfragen immer. Ja, wie ist denn die Lage mit Gronkh? Nein, Gronkh, mega, mega sympathisch. Auf jeden Fall. Ich habe jetzt endlich mal die Zeit gefunden, vor kurzem mal ein paar mehr seiner Let's Plays zu sehen. Da sind echt ein paar Kracher bei. Der macht Let's Plays? Der Typ konnte auch nur das werden, weißt du? Ja, oder Hörbuchautor. Oder Hörbuchautor wäre auch geil. Ey Gronkh, geh doch mal so in die Hörbuchrichtung, das wäre auch supergeil. Läs uns irgendwelche Sachen vor. Das kann gar kein Kochbuch sein, ich höre mir das an. Ja, supergeil.